Zehntausende Menschen haben bei einer Kundgebung in der US-Hauptstadt Washington gestern ihre Unterstützung für Israel bekundet. Niemals wieder riefen viele in der Menge. Einige trugen israelische Flaggen über den Schultern oder in den Händen, als sie sich an der National Mall versammelten, jenem Park, an dem sich das Washington Monument und das Lincoln-Denkmal befinden. Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Das Ministerium für Heimatschutz hat für den Marsch die Sicherheitsstufe 1 ausgerufen, die höchste Kategorie wie sonst nur bei Großveranstaltungen wie dem Super Bowl.